Das Leben zu zweit wird oft schöner durch den guten Rat eines Dritten, den einer guten Bank. Wir haben jungen Paaren immer gern geholfen, sich die eigene Welt aufzubauen, mit Krediten und durch Sparpläne. Und viele davon sind nicht nur gut unter die Haube gekommen, sondern inzwischen auch schnell unter das eigene Dach. Volksbanken, Raiffeisenbanken, wir bieten mehr als Geld und Zinsen. Eigentlich bin ich ja kein Keksesser. Nein, sie sind zu süß und ich mag eigentlich kein. Aber die, naja, die sind leicht gesalzen, mürbe. Tuck heißen die, nein, die Beutkler. Tuck, Tuck. Doch, ich bin eigentlich doch ein Keksesser. Tuck, der leicht gesalzene Keks von der Beutkler. Dieser Philips-Rasierer hat das moderne Zweischrittssystem. Und das funktioniert so. Im ersten Schritt hebt ein Lifter das Haar sanft an. Im zweiten Schritt schneidet das Messer tiefer ab. Das moderne Zweischrittssystem. Nur von Philips. Milch muss voll Schokoladig sein. Wir rühren Süscha-Express hinein. Dann schmeckt die Milch wie Schokolade. Für uns kommt anders nicht in Frage. Jetzt schmeckt die Milch voll Schokoladig. Süscha. Süscha-Express. Hat viel Vitamine. Und Süscha-Express kommt aus der Schokoladenfabrik. Hallo Blumenfreunde, ich hab was Tolles für Sie. Düngerstäbchen von Substral für Grün- und Blühpflanzen. Düngerstäbchen alle 60 Tage einfach in die Erde stecken. Und Sie haben genau richtig gedüngt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So wachsen und blühen Ihre Pflanzen prächtig. Düngerstäbchen von Substral. Die sichere Düngung für 60 Tage. Guck mal. Mensch, was macht man bloß mit diesem Übergewicht? Man könnte die Waage einfach aus dem Fenster werfen. Oder vielleicht in den Hungerstreik treten. Oder auch die Sache mit Gewalt angehen. Bequemer geht's natürlich mit Hip-Diät. Und erfolgreicher. Über 20 schmackhafte Fertiggerichte. Und alle unter 300 Kalorien. Da kann man gut essen. Und das Leichterwerden wird einem wirklich leicht gemacht. Hip-Diät. In Apotheken und Drogerien. Scherben bringen Glück. Oder sollten Sie hier nicht besser vorbeugen? Zum Beispiel mit einer Volksfürsorgehaftpflichtversicherung. Sprechen Sie mit der Volksfürsorge. Die haben für alles eine Lösung. Keine Sorge. Volksfürsorge. Hier kommt etwas ganz Bekanntes für Feinschmecker. Zwiebeln werden gehackt, zu köstlichem frischen Käse gegeben und mit Pfeffer gut abgestimmt. Das ist Cheesy, Cheesy. Ja, der neue Cheesy mit frisch gehackten Zwiebeln. Mh, so lecker. Cheesy schmeckt frisch und herzhaft. Um die Energieversorgung auf sichere Füße zu stellen, müssen wir in immer größeren Dimensionen denken. Riesige Stahlkonstruktionen werden ins Meer hinausgeschleppt, zu Wasser gelassen und hier draußen vor der Küste schwimmend zu einer 288 Meter hohen Förderplattform montiert. Um an das dringend benötigte Öl und Gas heranzukommen, müssen wir so manchen Eiffelturm ins Meer stellen. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Oh, schon wieder ein roter Pult. Zu spät, Schwesterchen, du musst gleich mehr Luft an die Haut lassen, schon in der Windel. Quatsch, guter Nässe-Schutz ist wichtig. Sicher ist wichtig, aber Moltex hat dazu noch ein besonderes Luftpolster. Luftpolster? Deshalb ist es hautfreundlich. Moltex hält Nässe ab, bringt spürbar mehr Luft an Babys zarte Haut. Na? Du, Moltex war ein klasse Tipp. Die hautfreundlichen Moltex für eine Haut schier zum Küssen. Hey, siehst du gut aus. Tja, ich halte mich fit mit Fitnessdancing von Arcade. Das ist ja toll. Kann ich das auch? Klar, zu Fitnessdancing gibt es das Superposter mit Anleitung zu allen Übungen. Mach doch gleich mit. Ja, das macht Spaß. Die Platte muss ich mir auch gleich holen. Fitnessdancing von Arcade mit dem Superposter. Mach mit. Tänz dich fit. Da ist er ja, der Meisterpropper. Den verkaufe ich Ihnen nicht. Sie, wir brauchen den Meisterpropper. Es gibt jetzt was Besseres. Für uns gibt es nichts Besseres als Meisterpropper. Jawohl, lass uns gehen. Moment. Hier ist der neue Meisterpropper. Der hat zum Zitrusduft jetzt auch die Zitruskraft. Der putzt noch glänzender. Gibt es das? Ja, schauen Sie. So wie die Zitrone Fett von den Fingern nimmt, so nimmt die Zitruskraft von Meisterpropper den Schmutz weg. Den probieren wir. Ja. Am besten gleich am Herd. Da ist der Schmutz wohl besonders hart, der Kind. Schau, wie der den Fettschmutz löst. Meisterpropper, Zitruskraft. Ich kann mich sehen. Sogar der Wasserhahn wird spiegelsauber. Ich kann mich auch sehen. Und hier die Kacheln. Der Schmutz verschwindet. Meisterpropper, Zitruskraft. Toll, dieser Glanz. Und wie ich mich darin spiegeln kann. Wie nie zuvor. Oh. Meisterpropper putzt so sauber, dass man sich darin spiegeln kann. Neu, mit Zitruskraft.